Musik In jener Nacht, als den Hirten der schöne Stern am Himmel erschienen war und sie sich alle auf den Weg machten, den ihnen der Engel gewiesen hatte, da gab es auch einen Buben darunter, der noch so klein und dabei so arm war, dass ihn die anderen gar nicht mitnehmen wollten, weil er ja ohnehin nichts besaß, was er dem Gotteskind hätte schenken können. Das nun wollte der Knirps nicht gelten lassen. Er wagte sich heimlich ganz allein auf den Weg und kam auch richtig in Bethlehem an. Aber da waren die anderen schon wieder heimgegangen und alles schlief im Stall. Der heilige Josef schlief, die Mutter Maria und die Engel unterm Dach schliefen auch und der Ochs und der Esel. Und nur das Jesuskind schlief nicht. Es lag ganz still auf seiner Strohschütte, ein bisschen traurig vielleicht in seiner Verlassenheit, aber ohne Geschrei und Gezappel, denn es war ein besonders braves Kind, wie sich denken lässt. Und nun schaute das Kind den Buben an, wie er da vor der Krippe stand und nichts in den Händen hatte, kein Stückchen Käse, kein Flöckchen Wolle, rein gar nichts. Und der Knirps schaute wiederum das Christkind an, wie es da liegen musste und nichts gegen die Langeweile hatte, keine Schelle, keinen Garnknäuel, rein gar nichts. Da tat dem Hirtenbum das Himmelskind in der Seele Leid. Er nahm das winzig kleine Fäustchen in seine Hand und bog ihm den kleinen Daumen heraus, steckte ihn dem Christkind in den Mund. Von nun an brauchte das Jesuskind nie mehr traurig zu sein, denn der arme kleine Knirps hatte ihm das Köstigste geschenkt, was einem Wickelkind beschert werden kann, den eigenen Daumen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017